hallo und herzlich willkommen zurück zu let's playroom total war mit den spartanern und ja immer googeln also hier oben gibt es noch ein bisschen radau also britannia werden wir jetzt diese runde einnehmen die ikena halt rausschmeißen und dann hier die also schottland und irland einnehmen die da werden wir also die abtrünnigen wenn wir dann auch glatt machen die da werden wir jetzt auch diese nächste oder übernächste runde platt machen und dann ja genau das haben wir in letzter runde erobert da können wir auch hier dann angreifen so nächste runde so also an an sich sind jetzt auch eigentlich nur noch so ja die die letzten krümelchen auf zu aufzuheben aufzusaugen aufzuräumen was gibt es noch auf zu zu verspeisen was hat er gemacht ok der agent war ist mir treu geblieben schon mal was gutes die haben jetzt halt die ganze armeen woanders hingetan ist natürlich nervig ok ja hier noch ein agent der zu meiner armee geht und ich sehe nicht was der macht also solange der nicht meine generele und rang neun einheiten weg macht das ist immer so lächerlich ich höre die anmeisterin des handels natürlich ist mir egal ob die anderen nämlich dadurch nicht mehr mögen natürlicher tod natürlicher tod militärstörung eine einheit wurde bestoffen woraufhin diese sich auch gelöst hat ja ja ein schmarrn hat die gemacht okay jetzt ist die frage wohin jetzt ist die frage wohin soll ich das einnehmen das lustige ist ich kann das gerade gar nicht einnehmen doch ok ich wette wenn er wenn ich angreife dann dann sind die alle droht hat er ich noch mal schnell speichern und hier machen automatischen angriff ja leck mich nee das problem ist halt dass das dass das überhaupt nichts bringt ist jetzt dass das ja überhaupt nichts bringt das zu spielen ich könnte versuchen mit der zweiten armee also die angeschlagen ist kann ich mal probieren mit der jetzt gut mit der kann ich jetzt weg sehr schön das ist sehr sehr gut das problem ist dass sie jetzt in die reichweite von denen kommt ja schau der hat gar kein damage gemacht also schau mal hier verloren 80 wow von 2880 ja sehr schön gut das heißt die geht raus die geht rein wie kann das sein ganz einfach ich ich befehle so ich ähm ok dann machen wir hier minus auf kinder das ist nicht gut ok hast du wo ist noch mal das gegen agenten ich glaube hier ok das heißt du musst irgendwas hier machen warte ähm lokale provinz nahkampfabwehr bewegungsreichweite aufkommt ja minus zehn prozent wieso wieso minus zehn prozent ist so viel minus zehn prozent ist wirklich viel zu viel machen wir das da ok dann hier 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 so 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 sehr schön da ist die armee schon voll am rackern das ist natürlich sehr gut ähm so die nächsten bitte oh hört hört was fährt es nice dann schauen wir mal was der so uns gegen entgegen zu setzen und hat irgendwie so Ich wollte jetzt keinen Nebel, weil damit meine Bogenschützen besser reinhauen. Warte mal, die Königlichen kommen mal zur Seite. Ja, genau das habe ich gesagt. Schnelles Marschieren! Bereit! Bakhtanische Piken! Pikenbereich! Wir nach! So, die da hier hängen. Die da da hängen, die da da hängen. Die kommen hier hin. Na ja, haut mal die Fernkämpfer weg. Ich erwarte eure Befehle. Schau mit der Geschwindigkeit! Geschosse wacht aus Ziele! Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Unser General wird angegriffen. Papa! Wir befählen! Supermär! Komm und dann! Komm und dann! Ähm... Ja, gut. Natürlich instability! Wir befählen, aber hier sein könntest du dann Close! ceğim doen! Auf canon! unde flemmen! So, warte, ich muss jetzt auf die feindlichen Pekingierer gehen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. War eine Überraschung. Äh, die brechen hier durch, ne? Upsi. Wie konnte das denn passieren? Wie konnte das denn passieren? Da habe ich jetzt mal nicht aufgepasst. So. 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 die kritischen sind schon echt krass gut hier knapp 200 200 180 130 180 200 ja der hat sehr gelitten und wer ihr werdet noch mal abtrennen hier was sollen das ja man noch alles einmal kamen so soll ich hier machen nach öffentliche ordnung zypern mag zypern uns mögen wir zypern zypern ist doch auch griechisch oder die von zypern zypern ist auch griechisch ist heute ja noch griechisch oder oder warte mal da bin ich gerade echt gar baktrien ja genau hier wollte ich ja eine neue armee machen mit dem mit dem da genau das jetzt der darf die provinz irgendwie ja machen macht sachen so brunnen in afrika ist glaube ich immer sehr geil da war noch das da und das da ok dann was machen wir hier hier warten wir mal was er macht ja das dachte ich mir und ja schon wieder ach der hat denn das eine volk befreit cool ach der ja naja der wollte da wahrscheinlich einfach keine leute mehr verlieren wann geht der denn eure unterstützung war in der vergangenheit willkommen doch die zeiten ändern sich das ist interessant warum militärisches bündnis das ein edler tod haben die idee die haben den jetzt wirklich gekillt ne diese säule das ist allein schon wegen dem ersten punkt ist das gar nicht so schlecht 4 prozent auf ok der ist am besten 10 prozent auf verwundung oder tötung des gegners und der hat plus 30 auf kinder aber ich glaube hier oben ist der da am besten kind ist geboren natürlicher tod militärstörungen wieder aufgelöst das nervt so kann die endlich jetzt lernen die zu töten nicht ich will hier ranken ja hm 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 warte mal ich hab äh kaum noch warte 1 2 3 4 1 2 3 4 8 9 10 so eine runde wartet ihr noch ihr könnt eigentlich genau das gleiche tun ja ihr habt genug hiervon wir haben hier kaum noch kritische punkten schützen ist ein bisschen blöd also das hier wird noch zum oi 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 da muss ich warten bis ich mit denen hier unten wieder bin wenn ich hier jetzt reinmarschiere das werde ich nicht überleben das werde ich nicht überleben die machen mich blatt ok du gehst du nach vollste kamee interesting das muss ich da noch ein bisschen warten das mache ich automatisch ok ist der ägypter hin hierhin ach der will nach alexandria rein das kann er vergessen ok du gehst mal hierhin und ja und dann keine ahnung hier mache ich dann doch das war noch mal erkennbar kommen ich kann äh so viele agenten noch machen märkstum verstärkung agentensturz ok das reicht erstmal so der nervt mich mit agenten dann überflöte ich ihn mit meinen agenten ok gut dann war es das für heute ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen und ihr seid das nächste mal wieder dabei ja ich hoffe es kommt noch mal zu einer sehr spannenden schlacht aber irgendwie sehe ich das momentan nicht also vielleicht wirklich gegen die buddini klingt nach einer mafia weil die einfach die haben nur plankler kavallerie also fast nur und das ist halt dann richtig schwer wenn man selbst keine kavallerie hat ich muss schauen also hier habe ich fünf fernkämpfer hier hatten ok 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ok das heißt das da wird meine hauptarmee sein nightmare ja und fanboys die sind dann die rückendeckung da kann ich euch ja mal zeigen wie man mit sparta gegen gegen äh blankler kavalleristen vorgeht ähm das wurde er sich tatsächlich auch schon gewünscht für ein tutorial tutorial ähm und äh genau vielleicht nehme ich dann auch das als replay dann gut bis dahin macht's gut haut rein und bis zum nächsten mal bye äh äh ooo äh Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.